Hallo und herzlich willkommen bei Pfeffermincia.de. Wir sind hier beim AMC Frühjahrsmeeting zu Gast und bei uns im Interview ist Ingo Gregus, Geschäftsführer bei Dotcom GmbH. Herr Gregus, Dotcom ist eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, im Bereich Marketing und Social Media aktiv zu sein. Deswegen ist natürlich unsere erste Frage, alle sprechen von Digitalisierung. Was verstehen Sie denn als Agentur darunter? Also streng genommen bedeutet Digitalisierung eigentlich nichts anderes als Null und Eins. Null und Eins bedeutet digital, das heißt wir versuchen all die Dinge, die Produkte, die Prozesse, die Maßnahmen, die Kommunikation auf einen digitalen Kanal zu überführen. Und das in jedem Prozessschritt, den ein Versicherer mit einem Kunden haben kann. Jetzt haben Sie natürlich richtigerweise den Versicherer angesprochen, aber im Vertrieb geht es natürlich einerseits um den Versicherer und andererseits um den Vermittler. Was heißt das Ganze denn konkret jetzt für den Vermittler? Für den Vermittler bedeutet Digitalisierung erstmal eine Herausforderung. Die erste Herausforderung ist, er muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Er muss sich darauf einlassen, mit anderen Technologien, mit anderen Medien, mit anderen Endgeräten, mit einem Kunden zu kommunizieren, zu verschiedenen Zeiten, auf verschiedenen Wegen. Und dazu muss man ja erstmal fit machen. Man muss ihm sagen, wie kommuniziert dein Kunde eigentlich heute und wie musst du darauf reagieren? Was ist, wenn der Kunde dir eine WhatsApp schreibt? Was ist, wenn er dir eine SMS schreibt? Was ist, wenn er dir eine E-Mail schreibt? Heute wollen Kunden ihre Vermittler und die Shops, wo sie unterwegs sind, bewerten. Das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Also muss ich offen sein und bereit sein, mich zum Beispiel bewerten zu lassen. Ich muss mich also auf all die Dinge, die für den Kunden heute selbstverständlich sind, einlassen. Und das ist die große Herausforderung, ist aber auch die große Chance für den Vertrieb, sich neu zu erfinden, sich neu zu positionieren. Vollkommen richtig. Jetzt gibt es natürlich zwei Pole, möchte man sagen. Auf der einen Seite besitzt ziemlich jeder Vermittler eine Homepage und wenig Vermittler besitzen Erfahrung mit den sozialen Medien. Wie gehören denn diese beiden unterschiedlichen Kommunikationsmittel und Wege mit zueinander? Und welche Unterschiede gibt es da auch? Wie sind da vielleicht auch Ihre Erfahrungen in der Praxis? Wie wird es vielleicht auch schon genutzt? Wie macht es einfach auch für den Vermittler Sinn zu nutzen? Das Geheimnis liegt heutzutage im Zusammenspiel der einzelnen Medien. Wenn ein Kunde heute einen Versicherungsvermittler sucht, kann es sein, dass er über Google kommt. Da findet er in der Regel die Homepage. Er fährt was über das Team, über die Themengebiete, mit denen ein Vermittler unterwegs ist, über die Versicherung, vielleicht so einen gewissen Produktansatz. Der andere Part, und das ist das Thema Social Media, ist, wir wollen dorthin, wo der Kunde ist und wo der Kunde kommuniziert. Und das passiert schwerpunktmäßig in Facebook, hier und da auch bei Xing im B2B-Bereich. Aber Facebook ist im Augenblick die Plattform, wo der Kunde eines Vermittlers unterwegs ist. Also muss ich dorthin. Und optimalerweise verbinde ich genau diese beiden Plattformen, nämlich meine Homepage auf der einen Seite, wo mein Kunde mich über Google findet, die mit der Unternehmensseite auch verbunden ist, und auf der anderen Seite mit Social Media, da wo die intensive, fast private Kommunikation mit dem Kunden stattfindet, da wo ich etwas Persönliches über den Kunden erfahre. Aber das ist die große Chance. Der Kunde ist umgezogen. Der Kunde hat geheiratet. Der Kunde interessiert sich für Neubauten. Und daher erfahre ich unfassbar tolle Dinge, die für jeden Vertriebler eine tolle Chance sind und auf jeden Fall einen großen Vertriebsimpuls darstellen. Jetzt sagen Sie natürlich vollkommen zu Recht, die sozialen Medien, zum Beispiel Xing, Facebook, Twitter, die sozialen Netzwerke insgesamt, aber natürlich auch Bewertungsportale sind eine tolle Vertriebschance. Das führt ja dann eben auch bei einigen Vermittlern zu der Aussage, die eigene Homepage sei tot oder sei nicht mehr ganz so wichtig. Können Sie diese Aussagen verstehen und können Sie sie auch inhaltlich begründen oder stehen Sie diesen Aussagen eher abwertend gegenüber, weil Sie sagen, das ist ein bisschen am Bedarf des Kunden vorbei? Also ich verstehe die Ängste von Vertrieblern vor der Digitalisierung. Weil immer, wenn etwas neu ist, wenn ich mich verändern muss, wenn Prozesse sich ändern, wenn Kommunikation sich ändert, muss ich an mir selber arbeiten. Und das, was ich gelernt habe und was ich vielleicht schon immer viele Jahre mache, hinterfragen und mich auf neue Dinge einlassen. Natürlich ist die Homepage nicht tot. Die Homepage hat eine wahnsinnig wichtige Funktion. Sie sagt etwas über mich aus, wer ich bin, was ich tue. Sie hat auch eine Brandfunktion, weil sie sehr nah zur Versicherung operiert und ein Teil der Gesamtmarke ist. Diese Markenausstrahlung habe ich auf Facebook beispielsweise nicht. Und wenn ich mich bewerten lassen will, lasse ich das auf meiner Fanpage. Wenn der Kunde mich sucht, Entschuldigung, wenn ich mich bewerten lassen will, dann mache ich das natürlich auch auf meiner Website. Da baue ich etwas ein, ob es Ecomi ist oder irgendetwas anderes, spielt gar keine Rolle. Und wenn der Kunde mich sucht, meine Adressdaten, wenn er die Anfahrtsskizze braucht, dann mache ich das über die Homepage. Ich glaube, man muss immer genau schauen, was mache ich an welcher Stelle, was mache ich auf welcher Plattform. Die Homepage ist für mich die moderne Visitenkarte, wo ich alles erfahre. Facebook ist die Kommunikationsplattform, da, wo ich in Interaktion, in sehr fast intime Kommunikation mit meinem Kunden einsteigen kann. Jetzt haben Sie natürlich gerade schon mehrfach darauf hingewiesen, der Mix macht es am Ende des Tages. Man muss die Dinge klug miteinander verbinden. Viele Vermittler hören ja viele Ratschläge, was man tun soll. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Themen, wo man gerade auch etwas tun muss. Deswegen die Frage, welche drei Themen würden Sie Vermittlern in diesem Jahr ans Herz legen wollen, weil es einfach kein Ausweichen gibt? Und welches sind Themen, die man auch durchaus aufschieben könnte? Also der wichtigste Tipp, den ich einem Vermittler geben kann, ist, sei offen für neue Dinge. Sei mutig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch die Basis, um überhaupt in so einen Change-Prozess, wie man den in Neudeutsch sagt, einzusteigen. Das Zweite ist, wenn ich mutig bin, mich damit auseinanderzusetzen, dass man für sich den idealen Mix findet. Es wird immer Leute geben, die auf Facebook nichts machen wollen, weil Facebook nicht ihre Plattform ist. Und das ist total legitim. Und dann würde ich auch nichts tun wollen. Und dann würde ich niemandem empfehlen, es zu tun. Also finde deinen eigenen Mix, den du hast und nutze diese Vertriebschancen als dritten Punkt, den dir nur das Internet und nur die Digitalisierung gibt. Lass dich bewerten. Und wenn du gut bist, werden die Leute fast automatisch zu dir kommen. Das ist eine Riesenchance. Zweitens, finde einen neuen Vertriebskanal, mit dem du kommunizierst. Das ist zum Beispiel Facebook. Und drittens, stell deine Leistung und Positionierung positiv ins Bild. Und das ist die Vermittlerseite. Und dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, die drumherum spielen, aber das ist ein Must-Have heute für einen Vermittler, wenn er sich in Zeiten dieses Jahrtausends gut positionieren möchte. Herr Grigus, vielen Dank. Wir wünschen Ihnen hier natürlich auf dem AMC-Meeting auch noch viel Spaß und inspirierende Vorträge. Danke, bis dann. Das ist das M-Meeting. Das ist das M-Meeting. Danke, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020